Holz brauche ich jetzt auch nicht mehr, deswegen die Axt weg Ne neue Waffe wäre nicht schlecht, dann packe ich die alte mal weg Ich töte sowieso nur so viele von denen, dass sich das gar nicht lohnt, diese laschen Waffen da zu behalten Mit wenig Prozent Hier kommt, packen wir den auch noch weg Habe ich glaube ich immer noch welche, ne? Ne Aber falls ich welche brauche, finde ich welche Okay, dann Die Falle da noch hin planten Monster Meat Ja Eigentlich ganz nice, ne? Wie es gerade aussieht Boah, hört doch auf Alter, der will mich penetrieren Aber sie sind immerhin fast kaputt Jetzt bitte aufhören, ja? Bitte Ich frage mich, was mit meinen Items passiert, wenn ich sterbe Ich denke mal, die liegen dann da rum und ich kann sie wieder aufheben Wir reden falls sehr Sinnvoll Okay Komm, packen wir mal die FD hier rein So, jetzt habe ich immer noch 9, 29 Das nehmen wir auch mit, das nehmen wir auch mit Pinecone Warum wollen die nicht Und die Feder Packen wir da rein Ja Ähm, der Hut Den Hut hätte ich jetzt schon wieder fast vergessen Da war doch irgendwas Erstmal brauchen wir jetzt noch Rüstung Und, äh Ja, im Prinzip nur noch Rüstung und den Hut Obwohl, bei dem Hut war doch wieder irgendwas Bei dem Hut war irgendwas Da, Hut Top hat Ach genau, Spinnweben Okay, Leute Dann mache ich jetzt hier endlich mal Schluss Ich würde sagen, das war's erstmal von Don't Starve Wäre natürlich nett Wenn ihr eine Bewertung da lassen könntet Im nächsten Part werden wir uns dann einen schönen Hut zaubern Und noch, ja, zwei Rüstungen erstellen Alter, boah Dann mal gucken, was wir noch machen Natürlich die Welt erkunden Und fröhlich durch die Welt hüpfen Aber ansonsten Ja, das, das war's dann jetzt eigentlich Scheiße, mir fällt gerade auf Ich kann ja gar nicht mittendrin aufhören Weil der gar nicht speichert Der speichert ja eigentlich nur Äh, wenn's Nacht wird Oder wenn's Tag wird Oder man stirbt Ja, genau Komm Gib mir mal mehr Gleich habe ich schon wieder einen Stack Schaufel wollte ich auch nicht mehr mitnehmen Kann dann auch mal weg Ma Okay Geht doch So Und Das da rein Oh, cool Kann ich mir einen so einen Teil erstellen Fünf Stück haben wir dann Das reicht dann jetzt aber auch mit denen Also fünf Mehr als fünf brauchen wir da echt nicht Fünf Tage werden wir schon Zwar unterwegs sein, aber Ich weiß nicht Man muss es ja nicht schon übertreiben Und zur Not habe ich ja noch ein Lagerfeuer Hoffe ich Na, und ansonsten Warte mal Irgendwie Robes Braucht man ja für die Rüstung Holz, glaube ich, auch Scheiße Na Für die Rüstung brauchen wir noch Holz, glaube ich Ja, acht Stück Okay Okay, dann müssen wir wohl noch ein bisschen Holz fahren Können wir vielleicht sogar jetzt noch in diesem Party schaffen Ich will ja nur zwei Sprich 16 Holz Das könnte Klappen Wenn jetzt irgendwo in der Nähe welche sind Weiß ich ja nicht Ich glaube nicht Ah, ihr Hasen Seid mir mittlerweile vollkommen egal Oh, Party Grasparty Ja So Die Dinger hier eben noch aufheben Und dann ein bisschen Holz suchen Ich glaube, das schaffen wir gar nicht mehr Guck mal auf die Uhr Guck doch mal auf die Uhr Ich habe doch keine Zeit mehr Okay Der erste Baum Chop 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 Ich frage mich ja, ob das nach so einer extrem langen Aufnahme asynchron wird noch Traps Kann ich das denn am besten testen? Am besten, wenn ich irgendwie gerade Äh Drauf haue Äh Sagen Moment, dann machen wir mal eben Moment, Moment, Moment Hier Äh 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 Ne Moment, wenn ich drauf haue Nicht, wenn der Sound kommt Äh Verdammt Ich haue einfach mal auf meine Tastatur Einfach mal für mich jetzt Für später, um zu gucken Ja, passt Vom Sound jedenfalls Das ist alles okay So Ja, super Acht Stück Ja, geil Schauen wir nicht mehr Glaube ich jedenfalls Yay Und Nacht Komm schon Geht doch Auf die Minute, genau Gut, dann äh Bauen wir den hier noch ab Und dann gehen wir Ich hoffe, das reicht Ich denke aber ja nicht Ach Gott Was mache ich hier nur Was mache ich hier nur Das ist schon wieder Eine viel zu knapp bemessene Sache Das muss viel Strukturierter vonstatten gehen Ich darf gar nicht erst in diesen Bereich kommen Dass es jetzt Eventuell schief gehen könnte Ich meine, ich würde halt Let's play jetzt mal nicht Endlos, äh In die, in die Länge ziehen Aber Ich würde auch Jetzt gerne mal Einen neuen Rekord aufstellen Und ihr könnt auch gerne mal In die Kommentare schreiben Wie weit ihr schon gekommen seid Und ich glaube Ich sterbe Achso Oh, da ist der Rand Alter Viel zu knapp Ich trottel Ich bin nur so ein Spast Aber hier ist die Grenze Ja, 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 ja Ach du Kacke Ach du Kacke Ach du Kacke Alter Nee Nie mehr Nie mehr Ja Da ist die Nacht So Das hier noch aufstellen Genau Noch mehr Fleisch Yay Hab ja nur noch 20 In meiner Bank Da In meinem scheiß Fach So Monster Meat Immer schön dabei haben Petals Top Und Dann Eventuell mal Ein paar Lobs Erstellen Und Tagesanbruch Höre ich dann auf Aufzunehmen Sollte halt nicht Machbar sein Yay Eine Rüstung Dann fehlt uns ja nicht mehr viel Nur noch eine danach Und dann der Hut Und ich hab schon wieder vergessen Was der Hut Will Ach genau Die Spinnenweben Ja okay Alzheimer Äh Ich habe da noch irgendwo die Teile Da Die Bäume So Genau Gut Gucken wir mal eben Ob wir hier Na scheiße Ein bisschen zu weit weg Vielleicht Boah Nicht das jetzt gleich Gesterb Woah What was that I can see again Achso wahrscheinlich Weil Licht da ist Macht Sinn Äh Toll Kann den noch nicht mal stacken Tip top Und den Rasierer Soll ich mitnehmen Wenn ich auf Reisen gehe Das lohnt sich Denk ich schon Ja Und im Prinzip Kann ich dann das schon mal Für die nächste Scheiße wegpacken Obwohl eine Nacht Werden wir ja nur hier bleiben Wegen dem Gras und so Aber dann geht's ab Dann geht's ab Und Okay Ich würde dann schon mal sagen Wir sehen uns beim nächsten Part Wie gesagt Eine Bewertung wäre nett Bis zum nächsten Mal Tschüss Zeitpunkt noch nicht gibt Also da bitte nicht wundern Und Was wollte ich überhaupt tun Ich glaube ich wollte noch Ein bisschen Gras pflücken Um dann Irgend Etwas Damit zu tun Ich weiß ja nicht mehr was Ja Das kommt davon Wenn man vier Stunden Am Stück aufnimmt Und dann Pennen geht Ja Ich hätte direkt mal Acht Stunden aufnehmen sollen Eventuell wäre ich dann sogar Verreckt Was macht mein Klon Ah ja Okay Der ist noch da Ich dachte schon Und die Fallen sind langsam auch alle weg Oh Moment Eine hab ich noch Take Take these Los Und den Sound hab ich auch noch ein bisschen leiser gemacht Weil er doch Ein bisschen zu laut war Es ging aber Es ging Bisschen raus scrollen Vielleicht auch Vielleicht sogar ein bisschen Ah ne Das ist ein bisschen doof Warte mal Wie weit kann ich denn Ich glaub hier ist Ende Ja ne Mit Mit den Wolken ist doof So ist glaub ich am besten Okay Wollte ich nicht eigentlich Genau ein paar Bäume fällen Wofür auch immer Da müsste ich ehrlich gesagt Nochmal nachgucken Was ich da in der letzten Aufnahme So erzählt hab Aber ich Ich mach erstmal Ich hol jetzt erstmal ein paar Bäume ab Und dann ein paar Grasstücke Um Eine Rüstung Warte mal Eine Rüstung hab ich Ich habe genug Hä Was wollte ich denn machen Ich hab eine Rüstung Ich hab genug zum Schlafen Ah Der Hut Der Hut Ah ne Wir wollten Wir wollten gar keinen Ach Wir wollten Gras Und Spinnweben Farmen Okay Dann gehen wir mal eben nach unten Ja Zu unseren Bestesten Freundinnen Aber warum hatte ich denn dann die Axt dabei Vielleicht noch von vorher Keine Ahnung Na komm Nehmen wir mal das hier Ich hab schon seit Ewigkeiten Keinen Stein mehr abgebaut Hm Sollte ich eventuell mal wieder Tun Da geht's ab Ja Wir sind da Trautesheim Glück Allein Na komm mal her Schweinis Guten Tag Ah ne komm Erst den da What you got Werdet meine Freunde So angelt man sich Abonnenten Leute Man geht zu denen hin Schenkt denen ein bisschen Fleisch Und dann mögen die ein Yay Komm mit mir Fölsch mir Wir gehen nach rechts Ach verdammt Wollte ich eigentlich rausflippen Egal Zack Noch einer Ja Noch einer Nice Okay Ähm Dann Wollen wir mal Loslegen Ich glaube hier links Habe ich nur so ein paar Dinger Übrig gelassen Ja da Links Und da unten Und Ich glaube da Brauche ich mir echt keine Gedanken machen It's all piney Was Da war ein Gegner Oh mein Gott Oh nein Fuck Meine Items Meine Keime Meine Keime Ist da noch irgendwas Nö Äh Wo sei der Da oben Nein Geht weg Hä Hä Wow Jetzt kommt her Ach komm ey Holy shit Guck mal Die Guck mal die essen einfach Das Fleisch Ich hasse euch So kommt mit Fölsch mir nach oben Da ist es Yay Go for the ice Ach du heilige Schnell 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 Oh oh Alter Die sind gleich alle tot Wie schwach sind die denn Oh 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 Einer ist wieder rein Glaube ich Einer Alle Alle Ja Kommt her Kommt her Ich töte euch alle Oh 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 Fuck Ich muss mich beeilen Sleep It's dangerous Oh oh Also wenn mich Irgendwas tötet Dann das Komm Jetzt komm Geht doch Yay Und alle meine Schweine Sind tot Wie krass Normalerweise konnte man Voll viel Äh Töten Bevor die alle Tot waren Das ist doch nicht normal Oh mein Bart ist da Yay Abrasieren Shave Oh yeah So 13 Stück Ja toll Dann erstmal Irgendwas fressen Tag 47 Mein Gott Bin ich gut Der Doof ist Ich weiß jetzt halt nicht Ob das irgendwie Später noch Einfacher Oder schwieriger Wird Deswegen Müsste man sich mal Irgendwie die Patchnotes Angucken Ob da irgendwie Was einfacher wird Eventuell auch durch Irgendwelche neuen Items Oder Keine Ahnung Buck Fixes Oder so So das Äste mal direkt mal Nom 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 Gut Äh Der Hut 13 von 16 Ja Tipp top ey Warte mal Was Ich kann doch eigentlich Hä Wo ist denn das überhaupt Äh Moment mal Ich hab da irgendetwas Liegen gelassen Oder Warte mal Normalerweise Ist da doch immer So ein Wo war denn das Das war doch hier Irgendwo Okay Also ich Dachte eigentlich Ich hätte da noch So ein Feld gesehen In Ja Die Untertitelung. BR 2018